Jetzt geht es erst noch auf den Kölner Dom. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 533 Stufen. 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 633 Stufen. 633 Stufen. 533 Stufen. 633 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 Stufen. 833 Stufen. 633 Stufen. 533 Stufen. Ich muss den Geld verladen. Ich stelle es mir vor, es sind 533 Stufen. Ach du Scheiße, das ist ja echt krass. Kommt jemand. Der rennt hier. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Wie viele? 533 Stufen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe mir jetzt bedenkt, dass wir die ganzen 533 Stufen wieder unter müssen. Ach zu Scheiße. Es sind ja 533 Stufen. Keine Ahnung. Ich würd sagen, wir warten! Ich würde sagen, wir warten! Oh ne! Da sind ja nochmal Stufen! Soll ich die auch noch? Klar! S bendersen! Okay! Das ist noch mal! Ah! 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 Der Sommerstufen hier, 533 sind es insgesamt. Jetzt geht es hier ein paar Stufen runter. Ich brauche noch mehr Stufen. Endlich oben angekommen. Jetzt stellt euch vor, man würde alle, ich besteige einen Turm-Videos in a nutshell zusammenfassen. Und wir hätten das, was wir gerade gesehen haben. So, guckt euch bitte nie wieder, ich steige einen Turm-Videos an. Der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.